Schönen guten Tag. Unser Thema war die Inferenzstatistik, die Logik des statistischen Entscheidens. Dazu habe ich Ihnen die Präsentation hochgeladen und Sie werden gesehen haben, dass das erste Video nur ein Teil der Präsentation abdeckt und der zweite Teil überhaupt noch nicht im Video vorkam. Ich zeige Ihnen ganz kurz, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ich habe gesagt, die entscheidende Frage, die uns hier interessiert, ist nicht, wie sind die Verhältnisse in der Stichprobe, sondern wie sind die Verhältnisse in der Population. Und dafür brauchen wir die Inferenzstatistik. Wir bedienen uns dabei eines Konzepts, das ist das der Kennwerteverteilung. Das haben wir dann in diesen Simulationen, die Sie hier sehen und hier und hier, sind wir das Einzelne durchgegangen und haben dann gesehen, dass wir bei mehrmaliger Ziehung von Stichproben, das sind diese blauen, immer wieder einen Mittelwert erreichen, der aber immer leicht um den wahren Mittelwert schwankt. Und wenn wir das zwei, vier, fünf, tausend Mal machen, dann kriegen wir hier eine Verteilung. Der Mittelwert der Mittelwerte, wenn Sie so wollen, der nähert sich dann immer mehr dem wahren Wert an. Und diese Verteilung ist symmetrisch verteilt. Ich könnte auch sagen, normal verteilt. Dann haben wir gesagt, okay, mit dieser theoretischen Überlegung können wir folgendes machen. Wir können den sogenannten Standardfehler berechnen und den Standardfehler des Mittelwerts, um exakt zu sein. Und mit diesem Standard, Standard Error, so wird er abgekürzt, SE, Standardfehler des Mittelwerts, können wir das Konfidenzintervall berechnen. Konfidenzintervall, haben wir gesagt, ist so definiert, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent das geschätzte Konfidenzintervall zu denen gehört, die den wahren Wert enthalten. Als Faustregel habe ich dann gesagt, gut, wie können Sie dieses Konfidenzintervall berechnen? Und wir machen das so, indem wir zwei Standardfehler von unserem Mittelwert abziehen. Dann haben wir die untere Grenze und wir schlagen zwei Standardfehler drauf auf den Mittelwert und dann haben wir die obere Grenze des 95 Prozentigen Konfidenzintervalls. Gut, irgendwann war dann diese Vorlesung zu Ende. Was ist denn nun eigentlich signifikant? Dazu jetzt also die neuen Folien. Über die meisten von denen werde ich hinweggehen, weil das nur in einer Vorlesung Sinn hat, sie da langsam darauf vorzubereiten. So, da werden sie langsam warm, dann wiederhole ich bestimmte Teile. Wir können jetzt gleich auf die Ergebnisse oder auf die Teile der Präsentation kommen, die sich möglicherweise nicht von alleine erklären. Nehmen Sie einfach mal ein bestimmtes, eine bestimmte Studie, wo Sie mehrere Männer, 1, 2, 3, 4, 5, ja 10 wahrscheinlich, 10 Männer und 10 Frauen miteinander vergleichen. Dort berechnen Sie einen bestimmten Mittelwert und dieser Mittelwert sei bei den Männern 570 und bei den Frauen 582 mit einer Varianz von Punkt 40 bzw. bei den Frauen etwas größer. Vom Gefühl her würden Sie sagen, ist das jetzt eher eine breite, breitgipflige Verteilung oder ist das eher eine schmale? Ja, Sie sollen es vom Gefühl her beantworten. Ich weiß aber gar nicht, woher Sie dieses Gefühl haben sollen. Das sind quadratische Abweichungen von einem Wert von 570. Also ich würde mal sagen, dafür ist es eine relativ kleine Zahl. Okay. Wir behalten das mal im Hinterkopf, dass wir hier eine sehr schmale Verteilung haben. Hier habe ich mit dem gleichen Farbcode kodiert andere Messwerte, die aber wieder auf einen Mittelwert von 570 kommen und 582, also die gleichen Mittelwerte. Aber ganz offensichtlich größere, größere Varianz. Hier schwankt alles um 570, 71, 70, 71, 69. Ja, weiter geht das nicht weg. Und hier ist viel mehr Varianz drin. Ja, das geht hier von, geht hier bis 602 von 560. Also viel mehr Varianz. Die wird also größer sein, die Zahl hier. Und genau genommen ist es sehr viel größer, wie Sie sehen. Also die Varianz hier Punkt 40, hier Punkt 300, fast 400. Ja. Und dementsprechend sehen auch die beiden Graphen aus. Das ist der erste Fall und das ist der zweite Fall. Sie sehen aber, ignorieren Sie bitte einfach, dass die Striche nicht schön gemalt sind. Die Striche zeigen aber genau das an, was ich zeigen will. Sie haben nämlich die gleiche Mittelwertsdifferenz. Ja, Sie haben in dem oberen Fall, der hier der linke ist. Und in dem unteren Fall, der hier der rechte ist, die gleiche Mittelwertsdifferenz. Ja, von 570 bis 582. Sie haben aber komplett verschiedene Varianzen. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wo erwarten Sie rein vom Gefühl her, ohne genau zu wissen, was signifikant ist, wo würden Sie denn sagen, glauben Sie eher, oh, das ist hier ein signifikanter Unterschied. Wohlgemerkt, die sind, die Mittelwerte sind, Mittelwertsunterschiede sind gleich. Würden Sie trotzdem sagen, ich glaube eher hier an den systematischen Unterschied oder ich glaube eher hier an den systematischen Unterschied. Denken Sie mal darüber nach. Was Sie, ähm, was Sie aber hier schon vom Gefühl her, Entschuldigung, äh, von der Grafik her gesehen haben, ist, äh, dass die Signifikanz offensichtlich von der Varianz abhängt. Sonst würde ich es nicht so blöde fragen. Wenn Sie sich die Fehler, äh, die Standardfehlerformel einmal angucken, dann sieht die so aus. Die Wurzel aus dem Bruch der Varianz geteilt durch, äh, die Stichprobengröße. Ja. Das heißt, die Varianz geht hier ganz klar mit ein, und zwar im Zähler. Ähm, wir haben hier wieder eine Populationsverteilung. Dort gibt es einen wahren Mittelwert, äh, der Verteilung, diesen wahren Mittelwert µ, µ ist gleich 2,75, den kennen wir nicht. Was wir nur kennen, ist folgendes. Wir ziehen aus dieser unbekannten Verteilung, aus unserer Population, eine Stichprobe, berechnen daraus den Mittelwert, und der sei, weil wir jetzt einen hohen Wert, äh, äh, viele hohe Werte offenbar gezogen haben, das sei unser geschätzter Mittelwert, der hier oben drüber liegt, über dem, ähm, geschätzten Mittelwert, den wir nicht kennen. Darum bilden wir einen Konfidenzintervall, und in diesem Falle, äh, wäre das Konfidenzintervall bei einem Mittelwert von 3,25, würde das gehen von 2 bis 4,5. Ja, ist also relativ groß, und wir könnten sagen, vereinfacht gesagt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ist der wahre Mittelwert hier drin, in diesem Konfidenzintervall. Karl Popper, Philosoph, Erkenntnistheoretiker, sagte, wann immer wir nämlich glauben, die Lösung eines Problems gefunden zu haben, sollten wir unsere Lösung nicht verteidigen, sondern mit allen Mitteln versuchen, sie selbst umzustoßen. Das klingt erstmal komisch, weil es, ähm, nicht verständlich ist, warum wir unsere eigenen Erkenntnisse, ähm, in Frage stellen sollten, und, ähm, warum wir da auch noch professionelle Kraft reinstecken sollten, äh, unsere eigenen Erkenntnisse umzustoßen. Aber das ist genau die Logik, äh, der Wissenschaft überhaupt, ähm, dass man alles in Frage stellt, einschließlich der eigenen Erkenntnisse, denn nur, wenn man mit gesicherten Methoden es schafft, die eigenen Erkenntnisse, ähm, in Frage zu stellen, dann, ähm, kann man etwas dazu lernen, ja. Das ist, ähm, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es überhaupt nichts Besonderes, aber ich gebe zu, dass es erstmal, äh, kontraintuitiv ist und, und auch, ähm, naja, von der breiten Öffentlichkeit nicht verstanden wird. Ähm, sieht man jetzt auch gerade wieder. Ähm, wie übersetze ich diese Signifikanz-Test-Logik, ähm, aus der Philosophie in die Mathematik? Äh, es geht dabei um, ähm, statistische Entscheidungen und Fehlentscheidungen, deswegen müssen wir hier auf zwei Fehlerarten näher eingehen. Ähm, das kann sich natürlich niemand merken, da gebe ich Ihnen zu, gebe ich Ihnen recht. Ähm, ein Begriff möchte ich hier wiederholen, das ist der Begriff der Nullhypothese und gegen diese Nullhypothese können wir testen. Dagegen können wir testen, diese Nullhypothese besteht, oder es wird häufig so übersetzt, dass es, äh, dass dort eine Gleichheit beinhaltet ist. Also, ich vergleiche zwei Gruppen und ich sage, die Gruppen sind gleich. Interessiert mich gar nicht, meistens will ich ja zeigen, dass die Gruppen sich unterscheiden, hinsichtlich eines bestimmten Merkmals. Aber ich teste sozusagen gegen die Gleichheit und wenn ich die Gleichheit verwerfen kann, dann weiß ich, oh, dann sind sie verschieden. Ja, in aller Regel ist also H1 die Wunschhypothese. Die kann nur unspezifisch sein oder spezifisch, die kann gerichtet sein, also einseitig. Oder sie kann ungerichtet sein, ähm, two-tailed, zweiseitig. Äh, das sind alles Details, äh, auf die wir später noch eingehen können, wenn wir, wenn wir wollen. Ich will Ihnen ein paar Beispiele für Nullhypothesen sagen. Zum Beispiel, ähm, haben wir die Situation, Feuerwehr bekommt einen Notruf, äh, man kann es nicht so richtig verstehen. Das ist, ähm, ist vielleicht ein Kind am Telefon, eine ausländische Person am Telefon, äh, und die Feuerwehr weiß er also nicht so richtig. H0 wäre also, es brennt nicht, und H1 wäre es brennt, ja. Vor Gericht können Sie die gleiche Unsicherheit sehen. Das sind alles Entscheidungen unter Unsicherheit, ja. Ein Gericht war in aller Regel nicht dabei, wenn die Tat begangen wurde oder nicht begangen wurde, ähm, muss aber trotzdem eine Entscheidung treffen, ja. Ja, es gibt eine tatsächliche Wahrheit, die kennen wir nicht, ja, die ist unbekannt. Das kann in der Gerichtslogik zum Beispiel sein, hat die Person die Tat begangen oder hat die Person die Tat nicht begangen. Das ist die Wahrheit. Und Sie als Gericht können aber nur ein Urteil treffen auf, aufgrund der Evidenz, die Sie haben, der Beweise, die Sie gesammelt haben, Indizien und so weiter und so fort. Und das kann die Wahrheit treffen und es kann aber auch sein, dass Sie Fehler machen. Und genau dieses Beispiel wollen wir jetzt mal durchspielen. Unproblematisch sind diese beiden Fälle, ja. Beides prima, ja. Es gibt zwei Arten von Fehlern, den Alpha-Fehler und den Beta-Fehler und zu diesen Fehlern jeweils Gegenwahrscheinlichkeiten. Die Gegenwahrscheinlichkeit zum Alpha-Fehler, 1-Alpha, ist die Spezifität und die Gegenwahrscheinlichkeit zum Beta-Fehler, 1-Beta, ist die Teststärke oder die Power oder die Sensitivität. Das ist alles dasselbe. Und genau entlang dieser beiden Begriffe, die ganz offensichtlich ja medizinischer Art sind, epidemiologischer Art, die wollen wir jetzt mal an einem Beispiel uns näher anschauen. Manch einem hilft dieses Meme. Ich bin mir nicht sicher, ob das an der Stelle schon zielführend ist, aber später können Sie sich das vielleicht als Eselsbrücke einfach behalten. Und wenn Sie sich das nicht merken können, dann kaufen Sie sich noch so ein T-Shirt, da steht das auch nochmal schön drauf. Ich nehme jetzt hier Bezug auf ein Beispiel, was gerade in aller Mundhöhle ist, der Test auf das sogenannte Corona-Virus. Wir haben also eine bestimmte Anzahl von Personen, seien es 1000, die haben klinische Symptome, die aussehen wie Covid-19. Ja, trockener Husten, Fieber. Dieser Test, der ist übrigens nicht zu verwechseln mit einem Antikörpertest oder so, den man flächendeckend machen würde, sondern das ist also ein verdachtsabhängiger Test, der auch eine sehr hohe Sicherheit aufweist. Sie testen die Personen, ein Teil davon wird negativ getestet. Und jetzt kann es sein, dass diese Person also negativ getestet ist und trotzdem die Krankheit hat. Die sind also falsch negativ. Okay. Sie haben zwei wünschenswerte Situationen, nämlich die Person wird negativ getestet und bleibt auch gesund. Ja, das ist gesund, richtig negativ. Sie haben aus der Testlogik einen zweiten günstigen Fall, nämlich die Person wird positiv getestet. Ja, es werden also Virus, es wird ein Virus gefunden oder Virusgene. Ja, da haben wir schon einen Unsicherheitsfaktor im Übrigen drin. Das können nämlich auch Trümmer sein von Viren, die längst abgestorben sind. Gut, okay. Also positiv getestet und die Person bekommt auch die Krankheit. Die sind also krank. Und der Test war richtig positiv. Ja, diese beiden Entscheidungen sind also diejenigen, die wir vorher in der Matrix, in der Diagonale hatten. Okay. Und es gibt aber noch einen Fall. Oh, ich sehe gerade, dass sie das gar nicht sehen. Ich muss mal ein bisschen rüberschieben. Es gibt den Fall positiv getestet und die Person bekommt aber keine Krankheit. Die sind also falsch positiv. Okay, also das ist der Ablaufplan von zwei Phasen letztendlich, nämlich einer Prüfung und der Wahrheit. Und dafür gibt es 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Zwei davon sind richtig und zwei sind falsch. Falsch positiv, falsch negativ. Diese vier Möglichkeiten kann man auch, kann man sich auch so darstellen in solchen Quadranten. Wir haben ein bestimmtes Kriterium und einen Prädiktor. Der Prädiktor oder Vorhersagewert sei der Test. Wenn Sie den Link verfolgen, kommen Sie auf diese Seite. Auf der Seite finden Sie unser Diagramm wieder. Auf der x-Achse des Diagramms haben Sie den Prädiktor, also den Test in unserem Falle. Und auf der y-Achse haben Sie die Krankheit tatsächlich. Okay. Der Test ist positiv oder ist negativ? Fangen wir an mit einem negativen Testergebnis. Test ist negativ. Die Person ist nicht betroffen von der Krankheit. Dieser Sektor, dieser Quadrant D, ist problematisch, nicht problematisch? Das ist nicht problematisch. Das ist eine richtige Entscheidung. Dann ist natürlich auch A eine richtige Entscheidung, nämlich der Test ist auffällig, positiv, und die Person ist krank. Das ist also richtig positiv, richtig negativ. Und B und C sind jeweils unsere Fehlerarten. In dem Falle wäre der Test unauffällig, also negativ. Die Leute sind aber betroffen. C. Leute sind betroffen, sind krank. Das ist also false negative. Und das wäre false positive. Okay. Gut. Geben wir hier mal ein Beispiel ein. Ich habe gesagt, wir gehen von 1000 Leuten aus, die getestet werden. Jetzt machen wir es mal der Einfachheit halber so, dass bei dem Test 900 Leute positiv getestet werden. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken, wo ist denn überhaupt der Prädiktor, der positiv ist. Aha. Positiv ist diese Spalte. Korrekt positiv getestet werden 890 Personen. Insgesamt positiv getestet werden 900 Personen. Davon sind also 890 korrekt positiv getestet. Und 10 Personen sind positiv getestet, obwohl sie gar nicht krank sind. Okay. Hier sind noch 100 Personen übrig, die sind negativ getestet, wobei richtig negativ 95 Personen getestet werden. Und dann bleiben noch wie viel? Überschlagen Sie es mal schnell. 5, ne? Genau. Damit erreichen wir eine Sensitivität von Punkt 99 und eine Spezifität von Punkt 90. Nehmen wir jetzt mal mein Beispiel. Wir haben einen Test, der hier durchgeführt wird. Von diesem Test fallen, weil das ja alles Patienten sind, die klinisch so aussehen wie Covid-19, fallen viele von den Tests auch positiv aus. Und zwar 900 Tests fallen positiv aus von 1000. Das heißt, wir haben hier 10 Personen, die falsch positiv getestet werden. Wenn das alle wären, im Übrigen eine Sensitivität von 1, ja. Alle werden, alle werden erkannt. Alle, die wirklich krank sind, werden erkannt. Das ist aber noch nicht vollständig. Wir haben auch 100 Personen, die negativ getestet werden. Und von denen ist auch die Mehrzahl wieder tatsächlich auch nicht krank. Gut. Und was Sie jetzt sehen, sind hier bestimmte Werte. Sensitivität, Spezifität, positiver und negativer Vorhersagewert. Und die Trefferrate, Trefferquote, die haben Sie hier alle mit angegeben. Und jeweils auch die Formeln dazu. Sensitivität ist nichts anderes als A geteilt durch A plus D. A ist diese Zelle, nämlich, was ist das? Das sind die Kranken, die positiv getestet werden. Also die richtig Positiven, geteilt durch alle Kranken. Wie hoch ist der Anteil der richtig Positiv Getesteten an allen Kranken? Das ist die Sensitivität. Das ist also ein Parameter, der uns etwas sagt über die Erkennungsgenauigkeit der Kranken. Aber die Spezifität gibt es auch noch. Die Spezifität teilt C durch B plus C. C ist dieser Fall, das sind die negativ Getesteten, die nicht krank werden. Negativ Getesteten, die nicht krank werden. Also auch ein richtiger Fall, der sich aber eben auf die Negativen bezieht. Und ich weiß nicht, ob Sie das jetzt an dieser Stelle schon merken, dass Sie nicht gleichzeitig beide Kriterien maximieren können. An dieser Stelle soll das erst mal genügen. Gut, ich fasse kurz zusammen, damit Sie überhaupt wissen, wo wir jetzt gerade waren. Wir haben hier zwar ein konkretes Beispiel durchgerechnet, an einem Beispiel aus der Labordiagnostik. Wir haben aber hier über etwas sehr Allgemeines gesprochen. Nämlich darüber, dass wir eine unbekannte Wahrheit haben, der wir uns nähern wollen, mit einem Test. Test positiv und krank oder Test negativ und gesund. Prima, ja, beides richtige Entscheidung. Diese beiden Fälle sind Fehler. Diese beiden, die 5 und die 10. Und zwar bezeichnet die 5 die falsch negativen und die 10 bezeichnet die falsch positiven. So weit, so gut. Kommen wir zurück zu PowerPoint. Und ich schließe das an der Stelle ab. Was bringt mir dieses konkrete Beispiel für meine Fragestellung? Und da habe ich Sie ja gefragt, dass Sie mal selber, oder gebeten, dass Sie mal selber Hypothesen aufstellen sollen. Und da kamen ein paar Beispiele. Zum Beispiel kamen Personen mit einer besseren Fähigkeit, die Perspektive anderer zu übernehmen. Also mit Empathie. Die unterstützen mehr die Forderung nach einem Rettungsschirm für Konzertveranstalter und Künstler. Oder Personen mit schweren Erkrankungen oder mit schweren Erkrankungen bei Bekannten haben besonders viel Angst vor Ansteckungen unter der derzeitigen Situation. Das folgt also immer der Logik, dass Sie zwei Gruppen haben, die Sie miteinander vergleichen und dass Sie ein bestimmtes Kriterium haben, was Sie zwischen den beiden vergleichen. Und hier schließt sich der Kreis, weil Sie ja die Aussage treffen wollen, die unterscheiden sich nicht nur in meiner Stichprobe, sondern die unterscheiden sich tatsächlich systematisch. Struktur ist immer dieselbe. Es gibt eine unbekannte Wahrheit, krank oder nicht krank, Unterschied in der Population da oder nicht da. Und es gibt einen Test, der zu dieser Entscheidung führt. Das ist der sogenannte Hypothesentest. Und dieser kann und wird fehlerhaft sein. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Er wird Fehler aufweisen, erster Art und zweiter Art. Und das Problem ist, dass Sie nicht gleichzeitig beide Fehler minimieren können. Sie minimieren den einen Fehler auf Kosten des anderen. Sie können nicht beides gleichzeitig maximieren. Sie können es nur in optimales Gleichgewicht bringen. Das höchste Maß an Sicherheit geht einher mit Einschränkungen von Freiheiten. Das größte Maß an Freiheit führt dazu, dass man Sicherheit riskiert. Gut, die Frage, die ich gerne an Sie weitergeben würde, wäre die folgende. Denken Sie mal darüber nach, welches Risiko größer ist. Was ist schlimmer, falsch positiv zu testen oder falsch negativ? Und dann überlegen Sie sich, wie wäre das im Gericht? Und die dritte Frage, wie gehen wir üblicherweise in der Wissenschaft damit um? Wollen wir eher riskieren, dass wir falsch positive Aussagen treffen? Positiv wiederum auf einen Unterschied bezogen. Oder riskieren wir lieber falsch negative Aussagen? Also Aussagen, die sagen, nee, hier ist kein Effekt, obwohl er eigentlich da ist. Okay? Diese Frage nehmen Sie sich mal mit zum Nachringen. Okay. Schönen Feierabend. Okay, Sie sind immer noch da. Also was Sie sonst noch in der Vorlesung sehen, ist folgendes. Ich habe dem Alpha-Fehler einen Namen gegeben und zwar habe ich Ihnen einen kleinen p genannt. p kommt von Probability und ist eine Wahrscheinlichkeit und ist in unserem Fall eine Irrtumswahrscheinlichkeit. Und in jedem Statistikprogramm können Sie sich das angucken, egal was hier getestet wird, das kennen Sie alles noch nicht. Überall findet sich ein p-Wert, der hier mit Signifikanz bezeichnet ist. Und der ist hier 0,000. Hier ist er auch überall 0,00. Hier ist er ganz leicht über der 0,05. Ja? Punkt 18. Und da würden wir eben sagen, das ist nicht signifikant. Hier genauso. Signifikant, 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 signifikant. Okay? Also, diesen p-Wert finden Sie in nahezu jeder statistischen Berechnung. Deswegen ist er so entscheidend. Was bedeutet denn nun dieser p-Wert? Ganz einfach gesagt, ist p die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu finden, obwohl gar keiner da ist. Ja? Ja, p ist die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu finden oder zu behaupten, obwohl gar keiner da ist. Ja? Es ist ein Fehler, einen Effekt zu behaupten, der nicht da ist. Und der soll aber möglichst klein sein. Okay? Deswegen wünschen wir uns, dass p kleiner ist als 0,05. Wenn also ein Wert rauskommt, p ist gleich 0,03, dann sehen Sie, aha, p ist gleich 0,03, heißt, es ist kleiner als 0,05, also ist es signifikant. Im einseitigen Testen haben wir den nur auf einer Seite. Im zweiseitigen Testen haben Sie den hier und haben den hier. Okay? Jetzt mache ich folgendes. Jetzt lege ich die beide übereinander. Ja, diese beiden Bereiche lege ich jetzt übereinander. Und Sie sehen, dass beim zweiseitigen Testen dieser Bereich kleiner ist, in dem Sinne, dass er hier nach außen rutscht. Ja, nennen wir es mal lieber so. Hier ist der wahre Wert und der rutscht nach außen, dieser Bereich. Und damit rutscht auch der kritische Wert nach außen, wo wir sagen würden, okay, ab hier ist es wirklich ein Unterschied. Ja, ein signifikanter Unterschied. Sie sehen also, das Kriterium ist hier härter als beim einseitigen Testen. Beim einseitigen Testen, da kann man auch sagen, okay, ab hier ist schon ein Unterschied. Verstehen Sie? Deswegen kommt hier mein Plädoyer für das zweiseitige Testen. Das zweiseitige Testen bedeutet nämlich, dass unser empirischer Wert noch weiter weg sein muss vom wahren Wert, damit wir das als einen Effekt bezeichnen. Ja? Das heißt, wir bleiben länger bei der Aussage, dass es keinen Effekt gibt. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen am Anfang gestellt habe. Welches Risiko gehen wir denn in der statistischen Entscheidungslogik lieber ein oder in der Wissenschaft lieber ein? Wir gehen lieber den Fehler ein, das False Negative. Wir behaupten also lieber, nee, hier ist kein Effekt, obwohl einer da ist. Und wir wollen unbedingt den Fehler vermeiden, das False Positive, nämlich der Behauptung, hier ist ein Effekt, obwohl gar keiner da ist. Wir sind also übervorsichtig oder konservativ. Ist die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als meine vorher gesetzte Schranke, in unserem Fall 5%, dann kann ich H0 verwerfen und dann ist das Ergebnis auf dem 5% Niveau signifikant. So wäre unsere Schlussfolgerung. Es gibt noch einige beliebte Irrtümer, die sind am Ende der Präsentation zu sehen. Die gehen Sie bitte einzeln durch, schauen Sie sich das an in der Präsentation und können mich zur Not nochmal nachfragen. Das wäre kein Problem. Sie sollten dann, wenn Sie diese Irrtümer gelesen haben und verstanden haben, verstehen, dass die Prückelstrafe wieder eingeführt werden müsste, für folgende Formulierung. Zum Beispiel, die Forschungshypothese wurde bestätigt. Sie können nichts bestätigen. Sie können nur Hypothesen verwerfen und dann sagen, okay, das stimmt auf jeden Fall erstmal nicht, also stimmt so lange, bis ich es besser weiß, das andere. Sie können auch nicht sagen, das Ergebnis ist marginal signifikant. Marginal im Sinne von, naja, das ist fast signifikant, weil es eben auch nicht sowas gibt wie, naja, ich habe es fast geschafft oder ich bin fast schwanger oder ich bin, weiß ich nicht, ich habe den Zug fast geschafft. Ja, geschafft, nicht geschafft, ganz klare Entscheidung. Sie können auch nicht sagen, der Effekt ist in Studie A signifikanter als in Studie B. Signifikant lässt sich nicht steigern. Es wird häufig gemacht, ist aber falsch. Ja, gut. Das also sei jetzt nur scherzhaft genannt. Und das sind tatsächlich echte Beispiele, wie sie in Artikeln zu finden sind, damit Sie sehen, dass ich mir das jetzt gerade nicht ausgedacht habe. Schauen Sie es an. Ja. Aber nicht im Video, da hat es keinen Sinn. Okay, so, this is where we put the non-significant results. Nicht lustig für Sie, glaube ich. Gut, damit rundet sich die Geschichte und Sie haben zumindest zum Schluss nochmal den Begriff der Signifikanz gehört und jetzt hoffentlich auch verstanden. Gut, dann wünsche ich Ihnen möglichst wenig Type 1 Errors und entlasse Sie bis zur nächsten Woche. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.